jo leute willkommen zurück bei wwe 2k 22 so hier geht es jetzt weiter leute wir machen ja die nebenaufgaben ich will ja bei performance center alles mitnehmen tolles match aber ein vögelchen hat mir gezwitschert dass die mitarbeiter hier mies behandelt das lass mal lieber meint er das was man lieber eines tages müssen wir daraus zwei orts tree to auto tree falls match machen was die wiederholen 1 2 auf ort auf tree falls match noch zwei mal die besten drei der zwei von drei egal ok so lass mal mit paragon reden parante peels hey rookie you have a passport or no uh yeah why turns out i have to go back to japan to finish out one more match of my contract there wwe thinks a japanese opponent might try to injure me for leaving so unfortunately i have to face one of you guys but whatever at least it will be an easy win so do you want to make the trip or no don't know how easy it will be for you but i'll do it when do we go not so fast obviously this is huge opportunity so hector and chase wanted in to so you're gonna face them in a triple threat match for the right to lose to me in japan good luck noch ein match in japan machen wir ich hoffe das wird kein struggle part wieder ich schwöre das war so verarsche beim letzten mal vorletzten mal oder so keine ahnung leute ich schwöre das hat mich so aufgeregt ihr habt das so gemerkt bestimmt so ich versuche jetzt sowieso mein bestes und wenn wir das nicht schaffen dann werde ich sowieso widerstand einsetzen diesmal muss ich auch richtig drücken so schon wieder gegen die idioten hier daneben okay ja jetzt hat der gegen den habe ich ja gekämpft ne jetzt muss ich noch mal auch gegen den anderen idioten ja weil er so einen scheiß move macht deswegen daneben ich mache auch den gleich das ganze zeit den gleichen move ne boah ich hasse das wenn ich benommen werde aber zum glück mit denen ich beide rot oder so ne körper und hätte mir direkt jetzt wieder verloren nein 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 hallo hallo ich will nichts mit denen ich wollte ratten feature music machen ja toll der schmeißt wieder raus wir hätten wir nicht so gut wo soll Hardcore ich bin ich so gut ich bin ich so gut du hast du dich ich bin ich so gut Boah, daneben. Autsch. Ey, wieso bin ich jetzt wieder benommen? Boah, das ist doch verarsch. Ey, so in Kleinigkeit bin ich benommen. Egal, wir haben gleich unser Signature. Und Hector müssen wir kauen, weil er jetzt schon orange ist, ne? Betroffen trotzdem. Gut gemacht. Ah, toll, wird gekontert. Egal, du kommst trotzdem ins Ring. Genau, du bleibst hier. Wow. Boah, ich hasse, wenn ich dich treffe, ne? Ey, ich wollte hier einen Kloser verpassen. Alter. Wird hier nicht benommen sein wieder. Jo, der gekontert. Hallo, guck dir noch den anderen. Ah, fack mich das ab, ey. Nicht benommen, Alter. Leute, wir haben safe wieder verloren, ne? Aber sobald jemand kauert, werde ich dann stoppen, kurz. Weil ich will nicht verlieren. So, schnell. Ich will nicht mehr verlieren, Leute. Was soll der Scheiße, ey? Ja, genau, Konter. Ja, daneben. Alter, ich werde gleich ausrasten, ey. Ich sag nix dazu. Ich sag gar nix. Boah, ey. Ich fühl, ich hasse das, ey. Ich sag die ganze Zeit, Struggle-Part kommt, Struggle-Part kommt. Ne, kommt das hier. Ich will nicht benommen sein, jetzt. Oh, Mann. Ich will nicht benommen sein, jetzt. Oh, Mann. Ich will nicht benommen sein, jetzt. Ey, da kontert mein Finisher, ey. Boah. Das wird mehreren, ähm, Ne-Missionen wirklich nix, Leute. Wow. Stunner. Ja. Das war Arsch, ey. Komm, ich muss nicht aufpassen, wenn ihr kauert, müssen wir direkt direkt, also Start drücken. Ja, komm. Match neu starten, Leute. Oh, da komm ich, der soll mich zwei zählen. Perfekt. Ich wollte schon sagen. Ich wollte hier Match neu starten, habt ihr gesehen, ne? Aber das verarscht, Leute. Ich lass mich, diesmal verliere ich nicht. Daneben, wow. Oh, Mann. Der schmeißt ja mich raus, oder was? Oh Gott. Oh Gott. Hey. Ist doch verarschend, ne? Darf ich auch mal was machen? Willst du hier nicht kontern? Willst du hier nicht kontern? Ja, springen woanders hin, genau. Leute, ich weiß nicht, was los ist mit dem Spiel. Aber egal, was ich mache, geht immer daneben. Also dazu sag ich jetzt auch nix. Eigentlich hab ich den getroffen, aber der hat das nicht gezählt. Und das bescheuerte Match geht jetzt schon seit 10 Minuten. Wow. Wow, der hat das daneben getroffen. Ihr seht das selbst, ne, Leute? Sein Finisher ging daneben. Ja, wow. Ich seh nix. Ich seh gar nix. Wow, ist ja knapp. Ja, Leute. Ich muss gleich stoppen. Alter, was ein Scheiß. Leute, ich konnte nix ausreißen, ne? Ich konnte gar nix machen. Ich würde den Match neu starten, Leute. Und dann muss ich dann gleich skippen, wenn er jetzt den Finisher einsetzt. Bis du dich aufstehst, Weihnachten. Er hat gekontert. Ey, was für ein Match, ne? Ich denke, oh, ich kämpfe gerade wieder gegen Stonko oder gegen Dings, ne? The Rock. Stopp. So. So, Leute. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn die beiden rot sind und wenn ich Finisher oder sowas habe. Weil das ist Verarsche, ey. Wirklich. So, Leute. Da bin ich wieder. Ich bin euch ehrlich, Leute. Off Cam. Ich habe das fast geschafft. Off Cam habe ich so geile Moves gezeigt. Ihr glaubt das einfach nicht, ne? Ja, jetzt fängt das wieder an. Ich schwör's, Leute. Off Cam zeige ich wirklich geile Moves. Und wenn ich das aufnehme, kann ich nix machen. Keine Ahnung. Das hat nix mit mir zu tun, das Spiel. So, sobald ich aufstehe, ich würde das jetzt benutzen. So, ich brauche das. Daneben. Das meine ich, Leute. Das meine ich. Ich zeige voll die geilen Moves und dann sowas. Die ganze Zeit. Ich glaube, ich muss den Matchen wieder neu starten gleich. Safe muss ich den Match wieder neu starten. Oh, Mann. Oh, Mann. Boah, hat der gekontert jetzt, ne? Wow. Nur im Kontern, Alter, der Typ. So ein Schwachkopf kontert die ganze Zeit. Ey, ich raste gleich hier aus, wirklich. Leute, ich raste gleich aus. Ich zeige meinen Finisher und daneben. Die ganze Zeit. Also mein Signature. Ey, warum läuft das bei mir gerade nicht? Ich verstehe das nicht, ey. Warum klappt das nicht? Ist das dein Finisher oder so? Ja, raste gleich aus. Genau. Jetzt reicht's mir. Du Penner. Hör auf zu kontern, du scheiß Arsch. Alter. Ja, Leute. Ich sage wirklich gar nichts dazu. Struggle Part 2. Ja, der wird safe verlieren, ne? Deswegen, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Das tut mir wirklich sehr leid. Aber ich weiß nicht, was hier los ist. Also, hat das mit mir zu tun? Oder mit dem Spiel weiß ich jetzt wirklich nicht. Weil Off-Camp zeige ich richtig gute Moves. Ich mache so die fertig. Und wenn ich mit dem... Wieder mit dem Aufnahme starte, dann... Keine Ahnung. So, bis gleich, Leute. So, Leute. Da bin ich wieder. Hat nicht geklappt. Egal, wir machen von hier aus weiter jetzt. Ja, wir hatten nur eine Aufgabe. Ja, jetzt fängt das wieder an. Leute, das fängt wieder an. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich Off-Camp wieder machen soll. Leute, wir sehen uns gleich da wieder, wenn ich die Leute gekauert habe. Egal wen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe den einen Spear jetzt verpasst. Ich hoffe, das war es jetzt. Ich weiß nicht, wieso die nicht aufgeben, Leute. Fragt mich auch nicht, warum. So, ich versuche jetzt mein Glück. Ey, das klappt. Der eine hört auf, der andere kommt. Das war es hoffentlich. Endlich, ey. Was war das? Seit 16 Minuten kämpfe ich gegen diese Vollidioten, Leute. Seit 16 Minuten. Ich mache die ganze Zeit Neustart die Matches. Weil, Leute, ich habe keinen Bock mehr zu verlieren. So ist auch Struggle. Gebe ich zu. Aber Hauptsache, verlieren wir diesmal nicht, ne? So, mein letzter Sieg in Japan wird also über dich sein. Besonders beeindruckend ist das nicht. Aber mir bleibt wohl keine andere Wahl. Mach dich besser gefasst auf den Kampf deines Lebens. Oder ich werde dir wehtun. Die WWE hat sich Sorgen gemacht, dass dich ein japanischer Wrestler verletzen könnte. Aber die Sorgen hätten lieber mir gelten sollen. Ich könnte mich darüber nur auf eine Art verletzen und zwar indem ich von dem 16 Stunden flugten steifen Nacken kriege. Lass dich einfach blicken und verliere, wie alle es von dir erwarten. Ja, Leute, wir machen das Match noch. Weil dieses Match vorhin, das war Katastrophe, ey. Ich verstehe das wirklich nicht, Leute. Ich spiele schon Wrestling seit langem. Ich hatte auch ein Let's Play. Ihr wisst ja, bei 23 hatte ich auch Probleme. Aber das war auch nicht meine Schuld, die Probleme. Weil das Spiel hatte selbst Probleme, wo ich mit X drücken war. Also mit Pinfall, da hatte das Probleme. Ich dachte, dass bei meinem Controller die Probleme lagen oder so, weißt du, Leute. Aber das Spiel hatte Probleme. Ja, da kam ja ein Update, da stand das ja auch drauf. Ich dachte, ich hatte Probleme. Aber hier, in diesem Spiel, keine Ahnung, was ich da habe. Bin ich die ganze Zeit nur am strugglen. Ich glaube, ich komme gerade, aber lass den Match uns vor. Oh, also lass das schon machen. Kein Bock mehr, ey. Wirklich. Da kommt der JPS Paragon JPS. So. Okay, keine Matchbedingungen. So, Leute, so habe ich angefangen. Bei diesem anderen Match auch, ne? Also, wo ich diese Struggle die ganze Zeit hatte. Und danach habe ich so geile Moves gezeigt. Aber irgendwie hat das nicht geklappt. So, mal gucken, ob das klappt. Ich denke nicht. Aber ich versuche mein Glück. Doch, hat geklappt. Wow, wir haben richtig gute Moves gezeigt. Und der hat schon sein Signature. Seht ihr schon. So, jetzt hat der jetzt gekontert. So. Ich hoffe, der kontert hat das jetzt nicht. Das ist gleich. Den könnt ihr da kontern. Ja. War schon vorbereitet. So, wir haben hier jetzt gelb gemacht. Den Körper. Ey, ich würde... Dieser Chase ist sogar besser als der Typ hier, ne? Oh, Mann, ey. Wir haben den Chase wirklich unterschätzt gerade. Auch Hector. Die waren richtig gut. Keine Ahnung, ob das das Spiel das macht. Oder ob ich die Probleme habe. Naja, egal, Leute. Hauptsache, wir haben diesmal das Match nicht verloren. Aber wir haben gestruggelt zweimal. Oh, Mann, ey. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Wrestling habe. Ich bin mal gespannt auf die anderen Spiele. Die alten, die ich noch spielen werde. Was für Strugglen noch auf mich zukommt. Das ist awesome. Ich triffe den nicht, ne? Doch, hat der mich getroffen. Daneben. Okay, dann mache ich was anderes. Boah, das war knapp. Jetzt machen wir die ein Signature von dem guten Bray Wyatt. Ja, dieser Signature dauert hewig, aber ich mag den halt. Hat er gecontert? Nein, hat er nicht. Nice and come on. Papa Pornadon. Mit 1, okay. Ich hoffe, der kontert den jetzt nicht. Ich will den jetzt ein Oh My God Move Spear zeigen. Yo, das Ding kaputt. Hier kriegst du so ein Spier. Jo, immer noch nicht. Aber jetzt hat er sein Signature wieder. Ich wollte da nicht raus. So. Hier kriegst du den Stein, den Pernomel vorab. Und. Ja, den kontert der immer. Boah. Diesen Superman Punch krieg ich nicht hin, ey. Dann spricht noch der Hit. Wow. So. So. Jetzt hat er den Sonntag, aber richtig. So. 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 Boah. 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 Ja, Leute. Dieses Match war auch ein richtiges Match. vorhin, was wir hatten, das war sowieso Verarsche. Egal, was ich gemacht habe, ging daneben. Egal, was ich gemacht habe. Ich denke dann auch, ey, ich spiele schon auf legendär, aber noch eine höhere Stufe geht ja nicht. Oh Mann. So, Story abgeschlossen. Noch ein Match in Japan. So, Leute. Das war es auch mit dem Part. Leider. Ich würde dir noch eine Aufgabe noch machen, aber ich habe die Zeit nicht mehr und deswegen will ich das Part auch nicht so lang machen. Das war es mit dem Part, Leute. Ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß hattet mit dem Struggles und so. Ja, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Part dann wieder, wenn es wieder heißt WWE 2K22. Ciao, Leute.